Jo Leute, willkommen zurück bei DAISY. Am Start ist hier natürlich auch mal wieder Arbadur. Hallöchen Freunde. aka Marian, Link in der Beschreibung. Yeah. Guck mal vorbei, macht geile Horror-LPs. So, genug Werbung gemacht. Bekommt er noch 20 Euro von dir. Ja, 10 Euro kriegst du nachher. Achso, was, 10 nur? Ich dachte 20. So, war das gerade ein Verband? Unser Ziel heute ist es, ja wie immer halt, Leute anzutreffen. Interaktion. Und eventuell auch mal etwas snipern, was meinst du? Ja, wir haben beide Nimosinen mit Scope, ich zumindest. Also, das liegt nahe. Ich könnte mal auf den Berg gehen, wollen wir mal auf den Berg gehen da? Ja, ich guck gerade mal, ob hier drin noch was liegt. Ah, hier ist noch ein grüner Cowboy-Hoot, der ist vielleicht ein bisschen geiler. Er ist geiler und geht steiler. Ich gehe jetzt überschranken, wie Fußgänger. Welche Fußgänger geht denn überschranken? Ach, keine Ahnung. Ich gehe jetzt am Hafen, ja. Wie der Boss das macht. Bist du jetzt schon wieder mal anders hin, oder was? Ja, komm mal zum... Ja, ich bin da oben auf dem Berg, weißt du? Achso. Dann können wir ein bisschen Aufschau halten. Warte mal da, du bist das da unten auf der Straße, ne? Ja. Ja, 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 ja. Entschuldigung, da muss ich mich schnell räuspern. Das Glück im... Ne, das Unglück wäre jetzt... Wenn es da schon einer hofft. Wenn wir erschossen werden? Ja, das auch. Ne, das wäre Glück, weil dann würde der vermutlich auf die Stadt gucken und uns nicht kommen sehen. Ja, guck mal, da vorne ist ein Zombie. Triffst du? Ja, Munitionverschwendung. Ja, hast du recht. Aber wäre es nicht clever, wenn wir erstmal kurz da einen Blick hochwerfen durch die Scopes. Ja, ich renne mal hoch. Und dass es wirklich einer liegt. Du wirst ja das Adler, aber komm. Komm schon, das machst du. Guckst du hoch? Ich erkenne jetzt auch nicht so viel, ehrlich gesagt, aber... Achtung, ich renne hoch. Oh mein Gott. Wird schon klar gehen. Challenge. Was für eine Challenge? Ja, keine Ahnung. Mut-Challenge, ja. Muss man auch mal sagen. Na, wer von uns spielt denn hier die Horrorspiele? Wer ist Mutti? Ja, komm, ey. Mach den Kopf zu. Ich spiele Horrorspiele. Ich bin geiler. Bin ich auch. Achso. Ja, das ist gut. Einbildung. Bro, bro, bro. Ja, stimmt. Ich wollte dich jetzt gerade dissen. Ah, okay. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, wir schalten wieder ein. Wenn wir bereit sind, Spieler zu treffen. Im wortwörtlichen Sinne. Unter anderem, wenn wir bereit sind, den Boss zu schlagen. Schlagen. Fuck, Zombie. Wo denn? Warte, ich muss den erst mal töten, 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 töten. Ich bin im Wald. Ach, da ist er. Ja, ich sehe dich. Komm her, Theronimo. Bäm, Junge. Hä? Ist interessant zu beobachten. Ja, er trifft noch, ne? Ist klar. Jetzt habe ich bestimmt wieder kein Hellgrün mehr hier am Start. Jo, mhm. Nee, ist okay. Du musst eigentlich jetzt immer noch auf. Ist okay. Ja. Ja. Ja, ist okay. Ich bin's okay. Jennifer, ich bin's okay. Okay, wir schalten wieder an, wenn es los ist hier und bis bald. Bis dann. Willkommen zurück, Freunde. Und, äh, geh weg von meinem Baumacken. Wir werden ja gerade bedrängt. Hier ist noch ein anderer im Wald. Und den müssen wir ja irgendwie töten jetzt, ne? Ja. Der ist, äh, nicht. Der ist hier in der Nähe. Und das Bulle ist das auch ein Sniper. Das heißt, der hat einen Scope auf jeden Fall. Der ist hier hoch im Wald gelaufen. Ich weiß ja dummerweise nicht, wohin. Ich habe den im Baum dann aus dem Blick verloren. Das ist kacke, Alter. Weißt du, sagst du noch, äh, Alter, hier unten, weißt du? Ich dachte erst, du wärst das irgendwie auf dem Felsen. Ja, und ich... Gut, das konnte jetzt auch keiner ahnen. Alter, wir sind an dem vorbeigelaufen, Junge. Vorhin. Aber ich sehe ja nix hier. Ich bin hier rüber gelaufen, dass er das nicht gekriegt hat. Ich frage mich, wo der hin ist. Ich habe keinen Plan, Alter. Ich schleiche gerade, ich schleiche gerade so ein bisschen durch die Bäume. Das ist natürlich auch echt blöd hier oben in den Bäumen. Ich sag's, der eine von uns bekommt gleich einfach einen Header. Nein, 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 ich werde... Nee, 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 hör auf. Hier wird keiner sterben heute. Wir zumindest nicht. Das ist wahr. Soll ich mal runter... Oh! Was? Oh! Glück gehabt! Oh! Was ist er da? Nee, ich bin runtergefallen, er ist irgendwie so runtergeglitscht. So. Ich dachte schon, das war's jetzt. Kann natürlich auch sein, dass der jetzt wieder ganz runter in die Stadt gelaufen ist. Weil der konnte jetzt nicht... Also, zur Erklärung, ich habe auf ihn geschossen, aber blöderweise in meinem... In meiner Euphorie die Maus ein bisschen verzogen. Alter, okay. Und der konnte wohl nicht zuordnen, woher der Schuss kam. Du bist auch immer euphorisch dabei, ne? Na natürlich, ich laufe gerade extra ein bisschen oberhalb, weil ich glaube nicht, dass der ganz hoch gerannt sein wird. Damit ich ihn vielleicht ein bisschen spotten kann. Das Ding ist... Die Verrichtung ist halt auch, dass er nicht... Aber ich glaube, der denkt auf jeden Fall, der Schuss kam aus der Stadt, so wie er geguckt hat. Das Ding ist, der kann jetzt in jedem Baum hocken. Ja, und wir haben nicht genug Schuss, um in jedem Baum zu schießen. Das ist wahr. Hast du eine Axt dabei? Wenn ich so eine Farming-Hau hätte. Ich renne hier mal drumrum einfach. Ich schleiche auch um die Bäume. Das Problem ist, ich will halt eigentlich auch nicht zu viel Aufmerksamkeit erregen. Oh mein Gott. Der könnte auch auf den oberen Felsen da hocken, ne? Auf den ganz oben? Ja. Weiß ich nicht. Also ich würde eher schätzen, dass der halt da runtergegangen ist. Aber du hast ja gesagt, der ist hochgelaufen. Ja, weißt du, dass er einen Bogen gemacht hat. Wobei, gut, der hatte halt auch eine Sniper-Waffe. Wäre jetzt natürlich auch blöd von ihm, wenn er da runtergeht. Ja, eben. Oh mein Gott. Bin ich wieder angespannt, Junge. Jetzt bin ich ganz links. Na, ich gucke ja auch gerade hoch, aber da ist nix. Oh, da halt, er ist zu den Felsen gegangen, wo du warst. Also ganz, ganz links rüber an den Hafen. Das ist aber nicht ganz, ganz, ganz links. Das ist so knapp neben dir. Hm. So, bist du das da? Nee. Oh ja, das ist wieder typisch, ey. Oh, ich hab wieder harte Frame-Einbrüche gerade. Irgendjemand hat gerade, glaube ich, mit dem Zombie gepullt. Das war, glaube ich, ein Bug eher. Oh Gott, damn it. Wo ist der bloß hin? Wenn der auf einmal vor mir läuft, ne? Schrei rum. Oh ja. Dass der uns nicht gesehen hat? Ja, kann, kann schnell mal passieren, weißt du? Na gut, ich bin auch ziemlich weit hinter ihm langgelaufen. Ich meine, allein schon, wenn man in Panik ist, dann, äh... Nee, weiß ich, ich meine, davor, ich war quasi direkt neben ihm auf dem Stein. Und er hat's nicht gesehen. Ach so, meinst du, ja. Ja, ich hab ihn auch nur mit Glück gesehen. Ich hab mich so umgedreht, so einfach spontan. Und dann, ja, hab ich gemeint, dass, dass das du bist. Da vorne ist in der Tat ein Zombie. Ich hab den jetzt gepullt, scheiße. Ja, ich hör ihn nur, ich seh ihn nicht mal. Okay, ich schreibe ihn wieder zurück. Also ich weiß nicht, ich würde auch vermuten, dass der Typ weg ist. Weil wenn er jetzt noch hier wäre und einen von uns gesehen hätte, dann hätte er ja geschossen, oder nicht? Ja, es ist sehr schwierig hier, das Gebiet. Er kann überall sein. Ja, eben, das ist es, ja. Jetzt... Gott sei Dank hab ich mich nicht auf den Stein gelegt. Sonst hätte mich noch das gleiche Schicksal erheilt. Oh, ja. Wo bist du jetzt eigentlich? Ich bin jetzt an deinem Felsen wieder. Okay, warte, dann komm ich da auch mal hin. Boah, ey, mein Herz, ne? Oh, ja. Was machen wir? Wir gehen jetzt lieber in die Stadt... Ah, der Stein. Wir gehen jetzt lieber in die Stadt rein oder so, ne? Oder was meinst du? Äh, ja. Okay, da bist du. Boah, okay. Okay. Guck mal, guck mal, guck mal, ich lag hier. Da. Da lagst du. Hier so lag ich. Und der lag... Und als ich hoch bin, ne? Lag der einfach hier. Ach, hier war das? Ja, hier war der. Und ich bin einfach hier hinter ihm vorbeigelaufen, als ich da rüber bin. Ach so, Gott. Stopp, was hat er da für eine Mütze auf bei dir? So ne, so ne Russenmütze. Okay, okay, ja, da doch, dann war es auch der. Okay, alles klar. Weil ich hab ihn da vorne gesehen. Dann hat er so ein Hunting-Backpack. Ach, dann hat der bei mir geleckt. Ah. Der hätt's dir mal geschossen, der kriegt den Schaden ja dann trotzdem. Ah, okay. Weil ich hab den da gesehen. Ja, und dann ist er halt einfach nur da hoch im Berg gerannt. Ich schätze mal, der wird einfach einen Haken geschlagen haben und ist wieder runter. Denn ich würde da auch nicht liegen bleiben, wenn man auf mich schießt. Ich hab den auf dem Felsen da gesehen, vor uns. Hier. Okay. Das muss dann aber lange her sein. Keine Ahnung, ob der noch hier ist jetzt. Weiß nicht, wollen wir jetzt sozusagen... Warte, ist das clever hier unten lang zu laufen? Weil wenn, dann liegt der doch eher da oben. Oh Gott. Ja, sag du an, komm. Guck mal gerade hier hoch, aber... Ich bin ein bisschen froh, dass er mich einordnen konnte, woher der Schuss kam. Ja, ich bin froh, dass wir noch leben. Ja, das stimmt wohl. Betonung liegt auf noch. Woher? Es kann jederzeit passieren. Was war das denn? Nee, da ist... Ach, das ist wieder random. Ach, weiß er noch da unten, der gute alte Spawnpunkt hinter der Halle. Ich hab grad andere Sorgen, mein Lieber. Bist du denn so angespannt? Ich, ich, ich hab keinen Bock zu sterben. Ich bin jetzt irgendwie einen Monat am Leben... ...und nie gestorben. So lang schon? Ja, ja, und nie gestorben. Trotz, trotz Together-Aufnahmen? Ja, ja, ich hab immer... ...immer der Einzige, der überlebt hat. Das ist ein Wunder. Ja, das ist Glück. Also, ich glaub nicht, dass hier da noch einer ist. Na gut, dann... Gehen wir runter. Wo... Warte mal, wo könnten wir noch hin? Also, wir wären ein guter Punkt. Egal, gehen wir hier weg, komm schon. Ja, okay. Ich mein, wir können ja zickzack laufen im Notfall. Ich leg die Musik nie wieder weg, ne? Ich hätt gerne eine M4. Immer noch. Ja, das stimmt. Du hast halt echt auf geringe Distanzen ein bisschen die Arschkarte. Ja, ja. Sehr sogar. Ich mein, was willst du machen? Du hast eine Mosin, weißt du? Ich hab ein bisschen SKS-Money, aber ich hab halt keine SKS. Das ist das Problem. Weißt du? Ich hatte eine, weißt du, in der Hand, aber dann hab ich mich ausgelockt und wieder eingelockt und dann ist sie weg. Ja, lol, ja. Weißt du, das Ding ist, du hast die Mosin, ja. Kommst in den Nahkampf und der andere hat zum Beispiel eine AKM, da hast du einfach... Ja. Da reicht teilweise eine Axt. Da kannst du... Ja, ist so. Da kannst du einpacken. Oh, Daniel spielt AZ. Na, super. Wenn der uns hinterher joinet, ne? Dann ist das unser Tod. Nein, Quatsch. Bro, bro. Bro, bro, bro. I love you. I love you. From the bottom of my heart, bro. Bro. So, ich würde mal sagen, ich gehe in den Container, mache einen kurzen Schnitt und dann geht's weiter, wenn's so weit ist halt, ne? Ciao. No, I don't want to kill you. What's up in Barrasino? Hey, bro. Careful in Barrasino, too. Campers? Campers? Come in here. Yeah, let's kill in there. Come in here. Yes. No, you're all right. I've got to make someone. Have fun. Ach so. Der will jetzt gehen, oder was? Alright, alright. Take care. Take care. Why, bro? Why? Ist der gestorben, ne? Ne, der hat uns verlassen. So, also, der hat gesagt, den Barrasino sind Camper. Sollen wir mal ein bisschen Polizei spielen gehen? Oh, Camper in Beere. Scheiß, ne? Ich hätte uns auch sagen können, wo. Na gut, Beere ist ja so klein. Ich weiß, wie ich erschrocken bin. Sitze ich da am Brunnen. Weißt du, gerade sage ich noch, Svet ist tot. Ich kann hier einfach am Brunnen kurz was essen. Kommt der da um die Ecke. Das ist immer so, wenn du irgendwie, weißt du, wenn du so denkst, da ist keiner und du machst jetzt gar nichts mehr. Na, ich find's komisch, dass der Englisch spricht. Wir sind auf dem deutschen Server. Na, hast du gefragt, ob er German ist? Das hast du gehört, dass der nicht Deutsch ist? Naja, ich will nicht sagen, er konnte Englisch, aber doch schon. Also, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass er Deutsch war. Na, ist ja auch egal. Wir sind ja der englischen Sprache mächtig. Geht, also, ja. Nicht? Na, unterhalten könnte man sich natürlich schon irgendwie. Hallo, what's up, ja, und das war's. Aber wenn's dann in die Grammatik geht, wir haben Englisch, dann kackt Lucy natürlich wieder ab, ne? Warum Grammatik? Keine Ahnung. Die haben mir jetzt nicht so viele Regeln. Ja, nee, diese komischen... Nee, es geht mir eher um diese Zeit und diese Formen immer. Ich hab keinen Plan, wie das geht. Have, had und so? Ja, 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 genau. Das ist had, had und... Oh, Lord. Und ranked. Ich kann das niemandem erklären, wie das funktioniert. Und did und ditten und wasn't. Hat er aber trotzdem in der Abschlussprüfung eine Eins. Nee, ist keine Ahnung, ich bin da immer abgekackt. Didn't rain und so'n Scheiß, ja. Ach so, ja, das Schlimmste für mich war Mathe. Lord, easy way, ne? Außer Dings, äh, Geometrie, ne? Da... Oh, ja. Da hat sich Lucy... Ich wollte halt, wie oft ich mein Geodreieck wegwerfen wollte. Da hat sich Lucy verabschiedet und öfter sein Geodreieck einfach mal in der Mitte gespalten. Ja, irgendwann hab... Irgendwann hab ich mir dann so'n Biegsames gekauft. Na gut, dann würd ich sagen, wir warten wieder auf den Spieler, ne? Oder wir könnten nach Beere reingucken. Na, wohl, nein. Ich hab keinen Bock zu sterben, ne? Ja, hast recht. Scheißhäcker da... Der hat... Der hat gesagt, er geht jemanden treffen. Lass die mal suchen. Ah, gut. Dann schauen wir wieder ein, wenn wir sie gefunden haben. Tschö. Tschö. Jo, mein Freunde, das geht heute mal ein bisschen was erlebt. Aber du... Link, falls ich dran gedacht hab, in der Beschreibung. Und ja, ein neuer Endcard hier am Start. 20 Sekunden lang, daher muss ich mich beeilen. Wegen Urheberrechtsverletzungen. Daher ne neue, ja. Bis dahin, Freunde. Daisy.